Ich bin Fabian Lüttgemeier und ich könnte mir die Pferde einfach aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken. Die geben mir alles. Also die sind, weiß ich nicht, sie sind Freund, die hören ja auch immer zu, wenn man denen mal was erzählen möchte und sind immer für einen da irgendwo und das ist eigentlich, kann man das beschreiben, wie eine richtig gute Freundschaft. Und wenn man jetzt auch mit meinem D'Agostino momentan, der weiß, wann das wichtig ist und dann gibt er sich richtig Mühe und das zeigt mir dann irgendwo, dass er mir Sachen zurückgibt, die ich ihm vorher vielleicht gegeben habe. Sei es schmusen oder kraulen oder Zeit mit ihm verbringen und ich würde sagen, dass man das schon, man bekommt das zurück. Fabian Lüttgemeier. Fabian Lüttgemeier ist in einer Pferdefamilie in Paderborn groß geworden. Es ging eigentlich schon ganz früh los. Ich habe schon mit drei Jahren in die erste Fühlzügelklasse geritten und schon als Kind, bevor ich laufen konnte, saß ich bei meinen Eltern vorne auf dem Pferd drauf und es ist einfach zur Lebensphilosophie geworden. Es war nicht immer ehrgeizig verfolgt. Früher habe ich auch gerne mit meinem Pony Winnetou gespielt oder so. Also es war immer sehr spaßig und dann irgendwann mit 13 hat mich dann der Ehrgeiz gepackt, wo meine Mutter mir erzählt hat, dass sie mit 14 ihre erste Esstressur geritten hat. Und dann wollte ich das auch. Mutter Gina Kapellmann-Lüttgemeier ist ein Name im Dressursport. Die große Schwester von Nadine Kapellmann war Mannschaftsweltmeisterin 1986, ein Jahr später Mannschafts-Europameisterin. Also die weiß natürlich unheimlich viel, versucht mir auch unheimlich viel weiterzugeben und zu sagen, aber man muss natürlich seine Erfahrungen auch irgendwo selber machen. Fabienne Lüttgemeier hat viele Freunde außerhalb des Pferdesportes. Denen sagt sie gerne, worin das Geheimnis des Dressurreitens besteht. Also ich versuche denen das dann so zu erklären, dass es eigentlich so ist wie Tanzen. Und wenn sie mich fragen, ja woher weiß ich denn, ob das jetzt gut war oder nicht, ich sage, wenn du denkst, es sah richtig schön aus, sah alles harmonisch aus, dann war es gut. Sie achtet auf Balance im Sattel und in ihrem Leben auch beruflich. Deshalb studiert sie Wirtschaft an einer internationalen Business School. Klar läuft es im Moment bei mir wirklich toll und da freue ich mich auch riesig drüber, aber ich weiß auch, dass es anders laufen kann. Und ich denke einfach, wenn man da noch was anderes hat, dann, wenn es mal nicht so läuft, kann man sich daran wieder hochhangeln und sagen, mein Leben besteht nicht nur aus der Reiterei. Dabei ist klar, die Pferde werden weiter das Zentrum ihres Lebens bilden. Gut integriert in alles, was ihr wichtig ist. Was ist mir wichtig im Leben? Gesundheit steht ganz oben, dass man glücklich und zufrieden ist. Und der Rest kommt dann schon von alleine. Fabienne Lütkemeyer ist eine, die weiß, was zählt. Eröffnen Sie ein DKB-Cash-Konto und werden Sie ein Jahr kostenfrei Premium-Mitglied bei ClipMyHorseTV. Höhere Bildqualität exklusiv für alle Premium-Mitglieder. Vollbildmodus. Über 100 Veranstaltungen pro Jahr. Wählen Sie aus 8000 Stunden Ihre Highlights aus. Exklusive Informationen über Pferde und Reiter. Der volle Zugriff auf das gesamte Archiv inklusive Suchfunktion. Und dann ClipMyHorseTV mobil. Die neue App fürs iPhone und iPad. So sind Sie als Premium-Mitglied auch von unterwegs immer live dabei.